Manchmal nervt es ungemein, sich mühsam durch jeden einzelnen Effekt zu klicken, wenn Sie nur die Folien als Ganzes durchblättern möchten. Was tun? Die Effekte vorübergehend lahmlegen. So geht's. Klicken Sie im Register Bildschirmpräsentation auf Bildschirmpräsentation einrichten. Setzen Sie das Häkchen vor Präsentation ohne Animation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017